Ja, ein kleines Update vorab, weil ich habe dieses Beachhead-Video vor einigen Wochen gedreht und es hat sich in der Zeit einiges getan. Ihr werdet es gleich sehen im Video auch, was dort rauskommt. Und zwar haben sich die Habinger Orbs verändert, die sind teurer geworden, die Beachhead-Maps dadurch auch, die sind um die 70 Karos momentan, aber auch die Infused Beachhead-Maps. Also der Boss, wie ihr gleich im Video sehen werdet, kann eine Infused Beachhead-Map droppen, die ist ein bisschen höher als die normale Beachhead-Map und kann spezielle Sachen droppen. Und diese hatte ich, wo das Video aufgenommen wurde, waren die für 4, 5 Divine drin, was schon ziemlich gut war. Aber wenn ihr jetzt mal seht, ich mache das mal auf einem anderen Bildschirm, eine Infused Beachhead-Map kostet 18 bis 19 Divine. Weil es gibt eine Challenge, wo man bestimmte Sachen machen muss und da ist auch eine Infused Beachhead bei. Die muss man nicht machen, man kann auch andere Sachen machen wie Level 83er, 100 Quantity Blueprint oder Sanktum ohne Relikt in 83er und so weiter und so fort. Aber das Einfache ist natürlich eine Infused Beachhead-Map, deswegen sind die so schweineteuer geworden. Und ihr werdet ordentlich Gewinn machen, nehmt eure Harbinger-Orbs, macht euch Beachhead-Maps, wie ihr gleich im Video sehen werdet, wie man es macht. Und lauft diese, lauft vielleicht einfach nur zum Boss hin und killt den Boss und lootet da, was der Boss alles droppt und ihr werdet stinkreich. Ich sag's euch, geil, geil, geil. Jetzt viel Spaß beim Video, wir sehen uns. Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Ich möchte euch heute eine Farmstrategie vorstellen und zwar Beachhead-Maps. Ihr stellt die selber her mit Harbinger-Orbs, das sind diese hier. Die könnt ihr kaufen oder wenn ihr Harbinger-Skillter im Atlas oder in der Map habt, dann kriegt ihr die ab und zu. Ich hab die jetzt gekauft. Man kriegt ungefähr für ein Divine 60 von diesen Harbinger-Orbs. Für Chaos-Orbs gibt's sogar ein bisschen billiger manchmal, aber so um den Dreh 60 für ein Divine. Ich habe jetzt vier Divine ausgegeben. Das heißt, ich habe 240 Harbinger-Orbs gehabt und ich hab genau 50 Beachhead-Maps daraus bekommen. Wir machen das einmal, wie ich das gemacht hab. Ich nehm einfach, ihr könnt jede rote Map nehmen, die kann nicht Beachhead werden, also 15er Beachhead. Darunter, wenn ihr die gelben Maps oder die weißen Maps nehmt und eine Harbinger-Orbs draufhaut, kommt nur eine kleinere Map raus mit geringerer T-Stufe. Wir wollen die T15 Beachhead-Maps, deswegen rote Maps. Ihr könnt eine 11er nehmen. Hier habe ich jetzt zwei 11er, die sind einfach weiß und ich mach mit Chiseln die auf 20% Quality. Weil, wenn wir jetzt den Harbinger-Orbs auch gleich auf die Map hauen und es wird eine Beachhead-Map, dann hat sie auch 20% Quality gleich drauf. So, wir klatschen hier einfach mal drauf. So, da ist schon eine Beachhead. Entweder wird es eine Beachhead oder ihr habt eine schöne 16er Map und 20% Quality. So, hier ist die Beachhead-Map, die habe ich gelaufen, alle 50 Stück und habe dann alles in ein Fach geschmissen und ich muss sagen, holy moly, da kam eine Menge Gewinn bei rum. Ich habe, ja, einen Gaming-Tag dran gesessen, die zu spielen. Ich habe die Map fast immer gecleared, manchmal waren so 20, 30 Mobs noch über, aber es ist total egal. Und, ja, was soll ich sagen, was glaubt ihr, was wir da rausgeholt haben? Also, war wirklich insane. Ich zeige euch das mal. In der Map, das wertvollste, was gedroppt ist, waren Infused Beachhead-Maps. Der Boss hat eine Chance, eine höhere, eine 16er, T16 Beachhead zu droppen. In der Map kann man dann Sachen finden, wo man diese Items upgraden kann und es sind mehr Harbinger-Mops, also 20 Packs in der Map. Da dies auch eine Challenge, diese Liga ist, eine Infused Beachhead zu laufen, die man nicht machen muss, man muss nur einen Teil von der Challenge machen, aber immer noch leichter für die vielen Leute als ein 30er Simulacrum zum Beispiel. Deswegen, ich habe vier von diesen Maps gefunden, Infused Beachhead-Maps und jede Map verkauft für vier Divine. Das waren schon mal 16 Divine Orbs, nur durch diese vier Infused Beachhead-Maps. Ein Divine Orbs ist dann noch gedroppt, ganz normal von den Mobs. Das heißt, wir haben allein schon so 17 Divine hier. Dann 24 Ancient Orbs, vier Excited Orbs, weil der Boss droppt auch Excited Shards und Ancient Shards. Wir haben 120 Red Maps, meistens so T14 bis T16. Wir haben natürlich, jeder Boss droppt immer ein Piece von diesen Items, von Unique Items. Die kann man dann zusammensetzen zu einem Unique Item, das habe ich hier gemacht zum Beispiel mal. Zum Beispiel der Gürtel mit diesem Cooldown Recovery oder Köcher oder Stab gibt es noch, Maske gibt es noch. Da hatte ich aber leider nicht die richtigen Teile. Ich habe immer nur linke und rechte Teile von der Maske gehabt, also Piece 1 und Piece 2. Dann haben wir noch ein paar Division Cards, nichts Besonderes. Quality Games, Scarewebs, Ice Contracts, drei Blueprints, 4.500 Wookmarker und eine Menge, Menge an kleinen Currency. Und ich zeige euch jetzt mal kurz auf einer Seite, wie viel ich denn gemacht habe, nur mit diesen Currencies, Ancient Orbs, Excited Divines und die ganzen kleinen Kram. So, wir haben, wir wollen Currency und das Tab, wo ich das drin habe, war Influence Base. Und dort liegen 24,5 Divine drin. Allerdings hat er hier die Chaos Orbs nicht aufgelistet, weil er geht nach Chaos Preisen und Chaos 1 zu 1 hat er irgendwie nicht reingemacht. Und ja, 24,5 Divine, nur die Currencies plus die Chaos Orbs, was auch nochmal ungefähr 260 Chaos Orbs waren. Ich glaube 258, jetzt auch nochmal über den Divine. Da sind wir schon mal bei 26,5 und den ganzen, die Maps sind nicht mit einberechnet. Dieser ganze Kram ist nämlich einberechnet. Hier ein paar besondere Maps, Unique Maps und Konkobas und sowas. Die habe ich jetzt auch nicht mit eingerechnet. Also nur, jetzt rein an den Currency, haben wir 25,5 Divine da rausgeholt. Ja, 4 Divine auszugeben, das heißt über 20 Divine Gewin gemacht mit diesen 50 Maps. Unglaublich geil. Hier auch 31 in Nullman Orbs. Kann man sehr gut verkaufen auch. Also hat sich wirklich gelohnt. Das andere ist noch, ich habe ungefähr 2 Level da drin gemacht. Ich bin jetzt 96, glaube ich. Und bei Level 96 selbst kriegst du auch nochmal 3% EP pro Map. Bei 95 waren es so 5 bis 6%, die ich gekriegt habe. Also hat sich auch nochmal gelohnt. Ja, was soll ich sagen? Probiert es aus, wenn ihr wollt. Kauft für einen Divine Orb ein paar Habinger Orbs, auch für mehrere Divine Orbs, damit ihr gleich richtig loslegen könnt. Ach ja, hier haben wir noch 5 Recturing Charts. Hat er die mit aufgelistet, das weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Die hat er auch nicht mit drin. Oha. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr. Weil die 5 Fracturing Charts kosten auch nochmal 3 Divine. Da sind wir bei 28,5. Nur durch die Currency. Also unfassbar, wie viel Gewinn wir da rausholen. Kann auch sein, dass ich noch ein bisschen Pech habe, dass die Fraction Orbs vielleicht bei manchen noch mehr droppen. Ich habe schon mal so ein Projekt gemacht mit Beachhead Maps. Und da ist mir sogar ein Mirror Charts gedroppt, was natürlich den Gewinn gleich in die Höhe schießen lässt. Also wenn ihr noch ein bisschen Bock drauf habt, ist halt sehr eintönig, wenn man 50 Beachheads spielt. Aber wenn ihr so ein Farming Monster seid und gerne einfach mal dran lang und die Ausdauer dafür habt, ist das auf jeden Fall eine sehr geile Taktik. Weil ihr kriegt unglaublich viel Gewinn raus und EP auch nochmal, wenn ihr jetzt nicht allzu oft sterbt. Ich bin auch ein paar Mal gestorben, One Shot gewesen irgendwie, aber trotzdem meine 2 Level geholt. Also wirklich geile Strategie, probiert es aus. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.